Guten Morgen bei S1 von BAU TV. Wie gestern Abend vermutet wird heute asphaltiert. Wir haben gesehen die Lade wie eine Ladung in die Thermachinie gekippt wird. Die Lade ist in der Nähe des Nase. Der Karte ist in der Nähe des Nase. Die Lade ist in der Nähe des Nase. Im Hintergrund ist das große Bohrgerät mit Drehglas am Arbeiten. Und die kleine Brücke vor der LBBW ist zwar von hier nicht einsehbar, aber wird auch gerade weiter gebaut. Das sieht man am Autofahren. Herzlich willkommen zu S21-BAU-TV. Wir sind wieder auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Nordausgang am Hauptbahnhof. Wir können sehen, wie die Schwarzdecke auf den markierten Flächen komplett eingezogen ist. Das Video von gerade eben zeigt noch den Zustand, wie asphaltiert wurde. Wir sehen hier schon die ersten Kita-Absperrungen für die zukünftige Benutzung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Das ist so cool.